Yo Leute und Nameet, willkommen zurück zu Xuxi of Stars. Ja, nachdem wir beim letzten Mal zu Abendlich hier rüber sind, haben wir die Aufgabe jetzt bekommen, die See der Nacht mal zu übernehmen, sozusagen. Also die Strahlen auszumachen, dass wir gegen den Stormcaller kämpfen können. Und ja, machen wir mal weiter, ne? Beim letzten Mal haben wir die Kristalle hier kaputt gemacht. Die hier, was wir jetzt auch wieder machen müssen. Frage ist, was müssen wir diesmal machen? Vorher mussten wir Münzen sammeln, dass wir das machen können, dass da was hochgefahren wird. Frage ist, was jetzt? Achso, das sah eben aus, ob man da gar nicht hochkommt. Ne? Ah, weil es so schräg ist, deswegen. Die Ansicht, die Ansicht macht das halt wie immer. Kennt man ja. Ist ja nichts Neues, ne? Baby, baby, baby. Na klar. Natürlich, so wie immer. Ähm. Nicht du. Du. Den greifen wir mal gleich damit an. Gucken, ob wir das einmal durchgehend hinkriegen. Mist. Natürlich. Warum verdrück ich mich in dem Moment? Hm. Es kann ja wieder was werden. Machen wir erstmal Schild. So. Dann haben wir Schild. Ein Seelenreißer. Hat eh nichts abgezogen. Aber können wir ja trotzdem mal blocken. Kann man ja machen. Da aber nicht. Äh. Jo. Jetzt nehmen wir mal die hier mal rein. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Nö. Aber wir haben zu früh gedrückt. Ne, 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 ne. Ähm. Okay. Ja, bitteschön. Okay. Blasenwurf. Natürlich auch sie. und wir machen das noch mal gleich noch mal hinterher ich kriegst nicht hin au 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 das tat ja weh machen wir das noch mal zack zack und es wird immer schneller aber wenigstens sind die Entfernung nicht komisch gewesen diesmal was aber nicht viel gebracht hat Kombo machen wir das hier da jetzt krieg ich das hin oder wie naja nicht komplett aber egal so geht aber so gute erfahrungspunkte aber wir gehen noch mal runter uns gleich noch mal heilen wenn hier schon ein lagerfeuer ist dann kann man sich auch gleich wieder heilen gehen ja in dem weg schon mal halbwegs die frage ist noch was wir machen müssen diesmal um die dinger zu zerstören zack mal gucken hoffentlich krieg das gleich hin na gut jetzt habe ich das hingekriegt dass er wegen snapgeblock qualities macht sehr gut aber hat nicht viel gebracht warum nicht oder war das er das kann sogar sein sprint hopp 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 jetzt geschafft da geht doch jetzt noch das und sollten die auch erledigt sein und dieser vogel die man nie erstmal hört wenn man angreift so du bist schon mal weg dann mache ich noch das um die mp müssen aufzufüllen und das war's wie doch denn die tt die tt die tt die tt die tt die tt ja ja so läuft das hier diesmal das ist ganz anders als vorher okay klar warum nicht das ist ja schneller als das andere haben wir das gemacht und das erste was länger gedauert hat okay klar warum nicht so da waren zwei und es fehlt nur noch einer so schwer ist das hat gar nicht na sicher klar leben hier wieder warum auch nicht ne ähm was mach ich denn da boink äh ich mach das anders hui hui machen wir das so dann ruhig einmal aus dann speichere ich nochmal und dann weiter gehts so mal speichern wie seht ihr das nachtmaß so ups vor allem da steht steuerkreuz aber du kannst mit dem stick auch lenken na gut da bin ich ja mal gespannt wie lange das hier dauert diesmal und jedes nachtmaß guck mal diesmal steht das ding vielleicht können wir die was ist nicht vorne ok mhm Ah, hier ist der Speicherpunkt, obwohl ich grad gespeichert hab, naja, was soll's. Du 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 du. Boink. So. Ja, Mundarang ist besser für sowas. Boink. Außer du verkackst es, dann halt nicht, ne? Naja. Fuck. Ich sag ja, jetzt hab ich's grad wieder voll verkackt, naja, was soll's, mit ja nur zwei Gegner. Abblocken hab ich auch verkackt, nice. Oh man, manchmal bin ich einfach nur schlecht. Aber das hab ich hingekriegt, ne? Okay. Das war für Reflex drücken eben. So, mehr auch nicht. Und tschüss. So, kommen wir hier hoch? Für gar nix. Okay. Da ist ein Hebel. Ah ja. So. Ich stehe. Du 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 du. Ba 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 ba. Ach, guck mal. Boink. Hm. So, stellen wir das Ding da drüber auch gleich nochmal. Vor allem da ist auch noch gleich ein Hebel. Ding, 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 ding. Ah. Okay. Haben wir das schon mal gehabt? Das ist ne Plattform hochkam? Ne, ne? Glaub nicht. Ding, 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 ding. Okay. Der steht zu weit weg, der eine. Äh. Egal. Ah, Mist. Naja. Aber sie kann's halt, ne? Hat immer genug für ne gewisse Zeit. Verkackt. Warum auch immer ich das schon wieder verkackt hab. Oh man. Blasenwurf. Sack. Schon wieder Blasenwurf. Natürlich wieder auf ihn. Warum auch nicht. Äh. Äh. Die muss eigentlich weg zuerst, ne? Weil die am meisten reinhaut. Und tschüss. Die, 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 die. Okay. Naja. Äh. Ups. Ich heil' ihn aber. Sicher, sicher. Zack. Hab ich das auch eingekriegt beim Heilen? Warum heil' ich die ganze Zeit auf ihn? Die wollen, dass er stirbt, ne? Säcke ey. Bam bam. Okay. Na klar. Jetzt kommt Blasenwurf. Diesmal auch sie. So. Dann. Und tschüss. Du bist weg. Ich sag ja nur auf ihn grad, ne? Mit die Elf ey. Und weg mit dir. Tschüss. Das war's. Junge, Junge. Ja, die hauen ihn aber auch rein, ey. Warum auch immer. Ich glaub ich's dann nicht mal anführe oder so. Joa. Hm. Ich spreche hier noch immer. Du 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 du. Hm hm. Gut. Boink. Haha. Sooo. Ka bum 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 bum. Keine Ahnung was das heute. Okay. Kann ich den ja einsetzen wieder. Geschafft. Nice. Okay. Hab vergessen zu blocken. Warum auch immer. Hm. Okay. Diesmal treff ich ja auch wirklich nur einen. Sooo. Du 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 du. Ich sag ja immer auf ihn momentan, ne? Immer. Hmmm. Hm hm. Tschüss. Ausnahmsaset jetzt auf sie wieder. Bam Bam. Okay. Bin resistent. hab ich noch gar nicht gesehen vorher und tschüss Sackfalt, ey hab ich nicht gesagt war das nochmal ihr wollt sehen jetzt nicht, um mein Ziel mit einer vergebildenden Klingel von hinten anzugreifen, oh ja aber ich mach mal lieber das hier wenn ich das hinkrieg oder nicht verkacke so wie jedes Mal irgendwie verkacke ich gerade nur noch Blasenwurf Boink so weg mit dir das war's äh Boink der letzte gut dann haben wir das jetzt auch offen daaaan Warum steht denn das gleiche noch anstatt was anderes jetzt? Naja. Egal. So. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Genau richtig gefahren. Ich hab mich gerade schon gefragt, wo ist das? Aber richtig. Strudelpunkt. Ah, da kommt man runter. Und hier werden bestimmt Gegner noch auftauchen. Hä? Was für ein Weg. Noch nicht schlecht. Hä, okay. Was ist das denn für ein Weg, Junge? Hä, hä. Klar. Hm, hm. Sicher noch. Ich laufe auch immer so rum. Ich wollte mal was kurz gucken. Aber wir können ja das hier machen. Bö, 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 bö. Bö, bö, bö. Nee, sie ist nicht da. Nee. Potenzial ist wirklich drauf. Achso, nee. Das ist dasselbe wie vorher. Okay. Die sagen nichts anderes. Nee, 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 nee. Das breche nochmal. Einfach nur so, wo ich's kann. So, noch keine Gegner. Da ist er. So wird meine Herrschaft also aus Neue herausgefordert. Ich bin Stormcaller. Die See des Nachtmars verdirbt und verschlingt mit der Zeit alles. Wenn ihr euer Glück versucht, solltet ihr besser gut zielen. Denn der Sturm ruft nach euch. Oh, Zomber. Oh, scheiße. Verkackt. Autsch. Heavy Musik ist cool. Aha. Ich verkackt die Angriffe gerade. Nice. Ich verkackt das gerade völlig. Oh, man. Hm. Ding, 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 ding. So. Angriff. So. Ah ja. Kettenblitz. Oh. Geblockt. Geblockt. Zum Glück. Beziehungsweise nicht geblockt, sondern geschafft, das einzusetzen. Desorientierung. Aha. What? Äh, ja. Klar. Das krieg ich gar nicht hin. Machen wir die Combo mal. Äh, ich hatte da gezeigten. Tschüss. Ding, 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 ding. Natürlich. Na klar. Autsch. Ich muss mehrmals drücken. Was? Na klar. Klar, ruf doch so ein Mist wie, ey. Junge. Äh. Äh. Ah, okay. Mal er heilen, bitte. Danke. Gott. Ding, 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 ding. Beh, be, 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 bö. Beh, be, 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 be. Ding. Ding, 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 ding. Hin und her, hin und her. Hin und her, hin und her. Hin und her. Boah. Irgendwann verkackst du das ging trotzdem. Kombo. Ich will lieber hier den X-Schlag machen. Deswegen mache ich jetzt einmal das hier. Der X-Schlag ist noch mal besser, finde ich. Verkackt. Natürlich. Herrscher der Gezeiten. Was für ein Messier. Er hat uns aber auch aus dem Leben gesammelt. Okay, so funktioniert das also. Warte mal, ich mach mal einen ganz normalen Angriff. Obwohl. Nee, lass mal. Ich heile mal alle nochmal. Sicher ist sicher. Okay, jetzt können wir die Kombo einsetzen. Kombo. X-Schlag. Ich hab's aber hingekriegt, ne? Und nochmal das. Wir müssen echt die Magieangriffe stärker machen, ne? Schon wieder Hersteller gezeiten. Warum? Warum so oft das Gleiche? Gut, ich bin ja nicht besser. Aber trotzdem. Autsch, Autsch. Also Timing drücken bei dem auch wieder. So. Mhm. Hm. Du, 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 du. Äh. Machen wir das hier. Irgendwelche sind gleich eh erledigt. Kettenblütze. Nice. Nice. Zack. Okay. Da waren sie wieder. Und. Angriff. Ach fuck. Naja. Hätte ja klappen können. Aber zu. Keine MP. Autsch. Normaler Angriff diesmal. Okay. Ah, ich verkack grad wieder voll mit dem angreifen und alles. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Kann ich ja gleich. Nee. Ruf da nicht. Okay. Das wär wieder was gewiesen. Ah. Haben wir. Haben wir nicht mehr. Mist. Naja. Naja. Mach ich es mal so. Ganz normal. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Okay. Alles klar. Hm. So. Hä. Zu wenig. Ehrlich jetzt. Mal wohl. Machen wir die Combo-Attacke noch. Dazu. Na. Läscher der Zeit wieder. Miei. Der Combo ist echt mies. Okay. Ich hab die nicht so abgeblockt, dann wären alle erledigt gewesen. Hm. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ja. Achso. Jetzt kann ich sie wieder einsetzen. Sehr gut. Dann mach ich das nämlich gleich. Oh, dann setze ich wieder das Ding ein. Geschafft! Joho, besieges Stormcaller. Nein! Sorry. Uh, geschafft. Das Beben ist zu stark, wir müssen hier raus. Zum Schiff. Okay, mit Desorientierung habe ich nochmal erledigt, es ist getan, was jetzt? Wir halten uns fest. Und raus da. Und wir sind zurück. Weg. Das Schiff sieht normal aus wieder, okay. Sieht sie auch wieder? Nee. Okay, sie bleibt wohl im Geist, oder? Endlich frei. Es ist endlich vorbei, Hortensia. Das fühlt sich gut an. Hey, ich weiß, du hattest schon lange keine Pause mehr, aber wir müssen immer noch diese Leute helfen. Ei, ich schätze, ich schulde euch was. Eure Freunde sind meine Freunde. Bringt mich zu ihnen. Irgendwie so ein komisches Geräusch dazu. Den, 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 den. Hm. Hm. Hafen, Stadt, Brisk. Und die sind schon dabei aufzubauen wieder. Fleißig, fleißig. Was stehen denn da schon mehr für Schilder rum? Aber ich muss zugeben, das Sehungeheuer war ziemlich erschrecklich. Hieß es vielleicht Hydralion? Keine Ahnung, aber es war riesig. Oh, ich hoffe, Hortensia wird mir eine Frage beantworten. Ich habe so viele. Einige Fragen. Eine Frage, klar. Das ist allerdings unterstützungswert. Wir haben also eine Abmachung. Ei, das Schiff gehört euch und ich bin die Steuerfrau. Ich bin erst einmal damit gesegelt. Doch, verflucht, ich schaffe das nochmal. Was weißt du? Genug, um deine Verkleidung zuzuschauen. Du gehörst zu ihnen, ei. Keine Sorge, ich sage nichts. Diese zwei Krieger der Sonnenwende werden also helfen? Ich hatte gehofft, dass sie es tun würden, wenn ich zuvor ihnen helfe. Nun, dann haben wir wohl eine Chance. Hortensia, ich. Nicht der Rede wert. Ich schulde dir was, weil du mich aus der Hölle gerettet hast. Ich. Danke. Ahoi, Steuerfrau. Mein Name ist Hortensia. Nennt mich so. Ei, das ist nur. Gerüchte zur Folge warst du früher eine passable Mandolin. Mandolinisten. Mandolinisten. Oktav-Mandolisten. Sohn. Sie hat den legendären Schredrik in ein Duell besiegt. Ich habe mich darin versucht. Nice. Boah, ich liebe das Spiel, ne? Hehehe. Wow. Nun, dann solltest du dich wohl unsere kleine Bad-Koop-Band anschließen. Wieso auch nicht? Hussa. Diese Ewigkeit-Dings ist gerade deutlich besser geworden. Willkommen in der Mannschaft, Hortensia. Okay. Die Abendliche gehört uns. Redet einfach mit Hortensia, wenn ihr für den Siedlertransport bereit seid. Okay. Aber, so wie ich gerade die Zahl sehe, würde ich sagen, werde ich nämlich hier auch erstmal die Aufnahme, wenn. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, ob wir ihr diese komische Note geben könnt oder was das da ist. Und ihr geben wir dann noch die Artefakte und ja. Dann würde ich sagen, machen wir das, wie gesagt, beim nächsten Mal und dann, warum immer ich mich gerade so wiederhole, naja, egal. Dann bis zum nächsten Mal bei Sea of Stars. Bis dann. Ciao, ciao.